So Leute, falsches Dings ausgewählt, alles klar, Pyre Dings doch. Okay, ich bin jetzt wer anders, und zwar nehme ich jetzt... Ich hab keinen Bock auf Tag, okay, ich nehm jetzt einfach mal den... Easy Champions Boom Space. Nein, Champion Alpha. Ja? Wer, wer bist du denn? Warte, Shiger Manila, alles klar, dann nehm ich dich. Tyra. Kann ich nicht, aber okay. Du musst dich beeilen. Ich bin jetzt Tyra, so was kann Tyra? Was kann Tyra? Ah ja, kann. Kann, kann! Pick um 15 an... Das immer machen. Das ist Jäger-Markierung, der kriegt 15% mehr Schaden durch deine Main-Waffe. Wie oft kann ich das machen? Äh, immer. Durchgehen? Ja, aber du kannst halt nur immer einen gleichzeitig. Ja genau, aber wechseln sozusagen. Wenn ich tot bin, ist es weg. Wahrscheinlich, wenn ich tot bin, ist es weg. Okay. Ja, okay, hier erstes Proof, worum das ist. Gut, hier, dankeschön. Okay, ausrüsten, gerne. So, okay, dann geht der für 6 Sekunden. Ah, nur für die 6 Sekunden. Hier sieht man oft mal... Äh, ja, wo ist halt immer wieder dann aktiviert, aber in 6 Sekunden bist du wieder... Wird ein Brandgeschoss, das aus 6 Sekunden dann in eine Feuer darin lässt. Also quasi ne Brandgranate. Ja, das kann ziemlich gut Schaden machen, wenn du das auf den Punkt wirfst. Wenn du dir halt da gerade das versuchen einzunehmen. Und das ist, äh, glaub ich, eins. Und das ist, äh, glaub ich, eins. Und das ist, äh, ein Schuss ab, der 120 Schaden hat. Ja, also quasi... Okay, und was für die Cooldown hat das? Das hat die... Ah, okay. Ja, das ist meine Hauptwaffe. Rechtsklick ist das Dings. Und das dauert ein bisschen länger zum Auffahren, richtig. 5, 4, 3, 2, 1... Wow, was hat das jetzt gemacht? Scheiße. Alles klar, wie gesagt, dritte Runde jetzt. Alles klar, Angriffsmutter-Z, ich weiß Bescheid nicht. Warte, ich bekomme das. Alles klar, das mach ich, versuch ich. Ein Feind hat erstes Blut getroffen. BAMS! Scheiße. Der Dr. Dumbledy hat mich... Mir wurde gesagt, ich soll das machen. He! Daniel hat mir gesagt, ich soll die Spiele. Ohne Spaß. Ich wusste, ich... Daniel hat gesagt, ich soll Wechseln, weil er meinen Champion will. Dann hat er gesagt, ich soll Tyron spielen. Was? Alles klar, Alter, macht das Damage. Hat jeder von den Gegnern auch Tyron? Natürlich hat jeder von denen. Ach, da haben wir das Tyron. Was? Ne, ich wechsel die Katze. Ey, die gefällt mir gut. Mordserie! Fuck, ich bin tot. Ey, nein. Nein, ich fällt mir gut. Nein, nein, ich spiele schlecht öfter. Wer war das? Stop the payload. Hm. Publikum. Ich weiß gar nicht, ob ich eins ready habe. Ich gucke viel zu wenig unten, als ich ready habe. Ich hab hier nicht die beste Sicht. Aber die einzige Sicht, die hochgeladen wird. Also, müssen wir mit meiner guten Kraft. Das wird der. Let's hunt. Ja, du stehst. Du stehst. Nein, rechts. Ist so ein Ding. So. Dann mit dem Ding. Ah, das war das. Okay. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ich weiß, dass er nicht auf mich schießt. Was? Was? Tobias war klar. Ah, okay. Das ist die Taste. Ich muss doch die Tasten herausfinden, welche ich gucken muss. Was? Die hintere Taste ist... Tobias! Ich drück alle Tasten. Ich hab gewonnen. Ja, aber das bringt trotzdem... Aua! Alles klar. Ich hab wieder alle Tasten gedrückt. Ich hab gewonnen. Was? Was macht meine Crew nochmal? Irgendwas geiles. Ah, ist klar. Ja, irgendwas geiles auf dem Weg. Hab die Crew das immer. Oh, jetzt wird's gut. Ich kann ja nicht wechseln den Champion. Und wir wurden empfohlen, den zu leben. Ein Huhn. Wie geil. Ne, bin ich nicht. Ich hab mich auf die Tasten. Oh, jetzt bin ich. Ich hab's nicht Blind. Oh, jetzt bin ich. Als ob das nur einen um sich macht. Nein. Ah, dann ist das so ganz sicher. Der Trail awaits, ya. Fünfzehn Sekunden remaining. Woh, ich bin mit Es. Tens. Nein. Einde. Seine Enemies. Doppelkill. F5,4,4,3,1,2,3,2,3,2,2,3,2,3. Alter wie knapp das war. Nein. Ich geh F6. Äääääääää. Ich bin ganz im Winzinger was bekommt. Alter. Ich kaufe mir! BRINGSCHILD. Schaden! Ja, okay. Ääa. Nee, nee. Bisher nicht. Ah hier das da. Das Loyalty Källen. Aber hier haben sie keine Schilder, deshalb bringt das nichts. Toll! Was hab ich mir gekauft? Also, hey, das macht dir Schaden durch direkte Angriffe, das ist super. Das ist super, weil du schneller wirst. Alles klar. Ich kann dir super, weil du schneller wirst. Kann ich mehr kaufen. Ja, für gleich. Gut, okay. Und das kann gut sein, du tötest und das Leben. Alles, das ist doch mega geil. Das ist ja echt nice. Okay, das muss ich gemerkt. Ist das Zeug für immer gelevelt oder nur für die Runde? Nur für diese Runde. Ah, okay. Ich? Äh, ich kann, ich krieg weniger Damage von Schüssen. Oder so. Oh, das war nicht ein Sprechmann. Enemy Killing Spree. Ich habe noch Zeugfug, die sind jetzt drunter passiert. Finde ich kacke, weil es war so knapp, ey. Und oben, Manni. Juhu. Du könntest ihn aufnehmen. Oh. War vielleicht ein bisschen unnötig, dass ich da noch meine Granate geworfen habe. Egal. Nein, die werden in der Runde nicht mehr. Ja, von Schnee. Also von dem Faktor her. Nice. Vielleicht habe ich hier eine Brandkarte reingeschrieben. Ich weiß nicht, weil ich da... Also... Ich weiß, da, du hast die Brandkarte da hingeworben. Ich bin auf die ganze Zeit da stehen geblieben, weil ich das nicht schade habe. Oh, jetzt müssen wir jetzt... Oh, jetzt haben die noch eins da. Wenn die jetzt die Runde geholen... Neon. Neon. Was ist denn? Oh, Leonard, heil! Nicht heil! Oh, Manni, Gott, gerade ist nicht mehr geworfen worden. Ich bin nicht der Best in dem Spiel. Geh mich so. Nein, Leon. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich bin nicht der Best in dem Spiel. Wir müssen jetzt zentral drauf waschen. Okay, macht keinen Sinn mehr. Die sind recht da. Ich vergesse, was ich gerade gesagt habe. Einfach raus. Ja, nur der ist aber. Was? Du musst ihn noch überleben. Ja, glaubst du, ich meine schon. Ich bin mir sicher. Kann auch sein, ich tun. Habt ihr gesehen? Hahaha. Hahaha. Guck. 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 Alt Champion war auch cool. Aber... Weißt du, was ich meine? 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1... Ja, damals hat sie gespielt. Ja, damals hat sie gespielt. Hahaha. Du weißt. Wow, beste Schadenseinheit. Aber da steht, beste Schadenseinheit steht da. geil wahrscheinlich die einzig oder 3000 mehr schaden ich habe gehört ich war richtig wichtig fürs team hast du hier punkte die wahrscheinlich der letzter dann bin ich nicht ich habe bisher jetzt nur teiler gespielt auf befehl von daniel und victor also können wir haben die aufnahme einfach mal random einfach mal hier random.org so wir fangen an bei ich sehe wieder hier des dings bei daniel dem erstplatzierten aus dem team ist in team 2 dann ricardo ist in team 1 ich bin in team 1 tim ist in team 1 also wie soll das denn jetzt noch geil werden und das leon ist in team 2 lennart ist in team 1 ok also lennart ricardo tim und ich in team 1 er hat ricardo tim und ich wir kommen jetzt eigentlich rein also ich muss wieder zurück die startseite dann spielen wer ist denn dann noch bei euch im team der hat ricardo tim und ich auch hier beitreten was das passwort wie das vorhin wie folgt alles davor bin ich gut jetzt fehlt nur noch tim die teams sind never fair aber klar easy warum weil ich scheiße bin und das team runter ziehe so richtig so warm unter unter normal weil ich würde sagen sogar das ich mache ich mal gucken wie schnell bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.